Ja, was für eine sensationelle Stimmung hier, noch 30 Minuten, dann geht hier so richtig die Post ab. Eine 40 Quadratmeter große Videowand ist hier und da wird man natürlich ganz klar, dass die BIP-Mokale sehen. Und schnell ist man ein echter BVB-Fan hier und Sie sehen also, wir werden hier heute viel viel Spaß haben. Und ich gebe davon aus, der BVB wird heute gewinnen, oder? Ja, ja, BIP-Mokale! Ja, okay, viel Spaß!